Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit der Dämmerung diese Woche auf Legende, auf mehr Wuppermachen darf ich nicht setzen. Ja, Legende. So, da haben wir hier einmal versenkte Erde aktiv, dann Schocker hier einmal und Champions alle. Also alle Überladung, Barriere und Unaufheizung sind drin. Dann hier Ausdruck sind gesperrt, dann passt genau, wir sprechen euch mit eurem Team anständig ab, weil, wie gesagt, alle Schadensarten bzw. alle Champions sind drin. Und wir probieren es gleich direkt aus, mal gucken, wie wir es hinkriegen. Und ein Low-Level ist hier vorbei hier. Mal schauen, wir gehen jetzt einfach mal rein und starten einfach. Ihr hört die anderen beiden nicht, ihr hört nur mich. Viel Spaß beim Zugucken. So, ich starte, ne? Mal gucken, wie das klappt. Also auf Legende war die schon drin. Okay. Ja, das ist ja gut, dann. Das ist ja dann gut. Ja, das ist ja dann gut. Was droppt jetzt eigentlich in der Dämmerung? Was droppt jetzt eigentlich in der Dämmerung? Tunneller? Na, wie geht's, wie steht's? Dachte mir doch, dass du und dein Geist zurückkommt. Okay. So, die geflohenen Insassen toben sich im Riff aus. Achso, das ist ja ein Trick. Das ist ein Problem, man, der Queller. Dann solltest du durch den Aufseher Servitor annehmen. Dem sind die Kabel durchgeschmort. Ja, ich hab früher, das, ne, als die Faktion da war, das ist ja mal geschehen. Das Gefängnis der Alten heißt euch willkommen. Das ist ja ein Problem. Ja, das ist ja ein Problem. Das war ein Problem. Ja, das war ein Problem. Ja, das war ein Problem. Ja, ja, mal gucken. Ist das fix? Das ist ja ein Problem. Nee, nee. Barix hat sein Haustier zurückgelassen. Der Servitor ist durchgedreht. Und er sei Barix. Er jagt das ganze Gefängnis durch eine Art Kampfdrin. So. Schaffen wir den Gefangenentransport aus dem Weg, Zellenblöcke sind weiter vorn. Der Aufseher Servitor hat mich daran gehindert, dass ganze Gefangenentransport ist hier geschalten. Also Vorsicht bei den Schienen. Da liegt ein weiter Weg vor euch. Wir können in diesem Gefängnis nicht für Ordnung sorgen, wenn ich diesen Servitor finde. Und deine Kugel in den Jagd. Am besten nicht direkt den großen Mino direkt killen. Sondern erst fragen, ob alle S durch sind. Nicht, dass ihr dann den Mino den großen weggekloppt habt. Nämlich der Luft gefallt. Lieder. Dreh bei. Dreh bei. Dreh bei. Die. Das ist das Päckchen, das ist das Päckchen. Wie weit ist es gut hier oben auf den Schienenland werden wir, oder? Ja. Es ist ein bisschen angenehmer Land zu bauen. Oh, ist hab ich nicht gepennt. Fuck, ich hab gepennt. Oh nein. Ich hab gepennt. Ich hab irgendwann mal geguckt. Oh nein. Ja, brauchst du nicht. Komm doch wieder. Na doch, oder nicht? Ah nein, jetzt gehst du auch drauf. Ich starte dich auf der anderen Seite, ey. Mann, 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 Mann. Egal. Muss auch mal so eine, ne? Kann ich nicht mehr so viel vorzumachen. Ja, das Problem ist aber, man kriegt da schlechter Loot, ne? Und je mehr man stirbt, desto schlechter die Loot am Ende. Das ist nicht vergessen. Es wächst Zellblöcke. Die Erwarten haben verschiedene Unterarten hierher verschleppt. Die, die überlebt haben, sind echt Tappelbiester. Das ist richtig. Düster am einen Kickflash. Das war's. So, es gibt ja keine Muni mehr. Also, ich schieße gleich mal in zwei Anarchie drauf und lass sie das mal sein erstmal. Lass mal auf die eine Seite gehen, wo die alle gleich spawnen. Nö, was ist das denn jetzt schon wieder? Hm, ich will nicht aufpassen, naja. Okay. 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 Natürlich, das sindántes. Wir haben gleich die Minen, ne, geben wir alle einzigen erst die Minen ab, also erst die eine vordere, dann die andere. Alles einzigen abgehen, ich hoffe nicht, dass wir uns bei uns aufteilen, ne. Runde 1 Vernichtet sie, ein für alle. Hier wird die Dämpfe auf einmal, ne. Ja, Regularums-Reinigung zu mir, das muss man immer anscheinend. Ah, nicht wieder Muni. Sie wurden ausgeschaltet. Nicht. Runde 2 Entschafft mich, ja, oder ihr werdet eliminiert. Geht ja gefallen. Aber gleich. So, gehen wir jetzt raus, ne. So, ich denke, geht darauf hin. So, wir werden die Zerstör clubs. Boah, ja, wie sie mit mir gingen. So, ich habe ihn. So, ich habe ihn mit dem Schwenker geholt. So, ich habe ihn, dass du, ich habe ihn mit ihm. Wohlverdient. Nein Sonja, alle ab hier. Jetzt ist mir ein Netz gewesen. Wir müssen uns in Ruhe lassen. Da kommen die da noch mal eine kleine Kabal-Welt. Das ist ein Destiny. Ich glaube, sie ist normal. Wir werden aber noch nicht killen. Ich hoffe, ich habe noch eine Welle. Ich glaube, sie sind in Ruhe. Ich bin in Ruhe. Ich bin in Ruhe. Ich bin in Ruhe. Ja, aber ich will ihn ja eigentlich nur noch mal gucken. Was ist das? Wir haben gekämpft. Ihr habt gewonnen. Euer Schatz machtet auf euch. Scheinbar hat dir die Gaunerin ein Geschenk hinterlassen. Ich mochte die Tante noch nie, aber sie hat mich immer zum Lachen gebracht. Hey, mach dich bereit für die größte Schießerei, die es jemals in einem Gefängnis gab. Ja, das weiß ich alles. Am Marvel habe ich ja jetzt schon mal 1.000 gehabt. Das ist mein Problem. Aber die beiden Dinger hier, die wir auch noch fertig haben. Es muss ja eigentlich ein bisschen was entgegen. So, auf jeden Fall 2.000. Das ist ja eine andere. So, das müsste aber eigentlich reichen oder nicht? Ein alter Freund ist hier. Das Urteil von der Welt. Wie gesagt, normalerweise hätten wir das eben wirklich schon, wie ich es gesagt habe, hätten wir jetzt schon mal dort zusammen. Ja, das war gut. Ja, das war gummisch. Mach ich mal fertig da Ich ziehe natürlich auch den Safe-Bot da oben ne, in diesem Struck da oben irgendwo Ich komm mal, wenn ich wieder Was? Das connecte nicht? Ja, ich komm mal Seid starker Defekt Wieso connecte nicht? Nehmen wir das Mino Ja, Leute, ich guck mal Hä? Meine blöde Anarchie hat nicht connected, ey Später gefallen Was für eine Gaunerei siehst du in der Herrera-Match, ey Du hast doch immer Schwindeleien, glaube ich Das ist keine Gaunerei Wie gesagt, so Leute spielt ihr das nicht, ja Ihr könnt vorher schon ein paar Ads mehr clearn Wenn ihr halt die ganzen Wellen so mitnehmt, wie ich es gesagt habt Dann wär's besser gewesen Habt ihr hier nicht so einen Kunterbunden Mist hier Äh, deswegen Äh, vorher macht es dann so, dass ihr wirklich alle Ads mitnehmt Die ihr da findet Dann hättet ihr schon vorher 100.000 Held direkt finden können Weil so war es jetzt eher mehr anstrengend als irgendwas anderes Aber gut, 40 Minuten ist trotzdem okay Danke an das Team fürs Helfen Weil so eine alleine hätte es auch nicht geschafft Also von daher passt das schon Aber wie gesagt, das geht auch besser Das geht auch besser Und ähm, ja Probier jetzt aus Danke nochmal an das Team Und dann reingehauen Bis zum nächsten Mal Und tschüss Und danke für den Support